Es ist bekannt, dass es in und um Stuttgart zahlreiche Weinberge existieren. Weniger bekannt hingegen ist, dass vor den Toren Stuttgarts auch viele Birnen- und Apfelplantagen zu finden sind und zur Zeit in Blüte stehen. Heute sehen wir uns die Apfelblüten an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020